servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal ab sofort könnt ihr richtig richtig schnell leveln eigentlich dachte ich dass es ein solches video nicht noch mal braucht aber da ich jetzt per insta glaube ich in den letzten paar stunden so viele kommentare und nachfragen erhalten habe ab wann es denn jetzt die 50 prozent und so weiter gibt dann machen wir das eben noch mal damit jetzt hoffentlich auch der letzte mitbekommt also ab gestern ist das event willkommen in sanktuario gestartet ist aktiv wenn ihr dieses video seht läuft bis zum 11.7 also ihr habt knapp drei wochen etwas mehr zeit diesen buff auszunutzen ihr seht das hier ihr müsst nichts dafür tun ihr bekommt automatisch den buff windet des refugiums gewonnene erfahrung um 50 prozent erhöht ruf zuwachs um 50 prozent erhöht ausnahme niffen von loam damit will blizzard nicht dass ihr die neueste ruf fraktion zu schnell zu ende grindet weiß nicht mittlerweile der patch ist auch nicht erst letzte woche rausgekommen deswegen finde ich hätte es diese bremse mal wieder nicht gebraucht aber mittlerweile bin ich nichts mehr von oder erwarte ich nichts mehr von blizzard was das angeht da kommt übrigens samstag ein video wo ich ein paar insides gebe zu erfahrungen die ich gemacht habe beruflich mit blizzard und so weiter und so fort wo es auch um das thema ging mit der monetarisierung für die neuen oder für die traders tender würde mich freuen wenn ihr da reinschaut samstag 15 uhr wer noch nicht abonniert hat holt das bitte sehr sehr gerne nach immer noch sehr sehr viele leute haben nicht abonniert und ihr helft mir damit wirklich enormst weiter vielen vielen dank schon mal im voraus aber wir weichen vom thema ab finde ich auch hier wieder schade dass man sagen muss nee also ihr kriegt zwar 50 prozent mehr ep aber ruf aber das muss nicht sein da kriegt ihr das nicht mit drauf keine ahnung warum man sich jetzt dazu entscheidet natürlich dass die leute nicht so schnell fertig sind und länger das spiel abonnieren aber letzten endes das ist auf den ersten blick nichts wildes aber wieder mal eine ganz eklige form von time gating und ganz im ernst das kotzt mich bei blizzard mittlerweile ziemlich an sorry dass ich da jetzt ein bisschen abgerutscht bin in die meinung und nicht in der news geblieben bin aber das musste ich jetzt einfach mal loswerden weil das ist finde ich wieder was was ich einfach nicht weil ich muss einfach nicht sein letzten endes das ganze gilt ab level 1 bis level 70 also wie gesagt ihr könnt überall jetzt richtig schnell leveln das ganze ist halt ziemlich ziemlich cool weil wir zum ersten mal seit dem release von dragon flight jetzt halt hier auch auf den drachen inseln 50 prozent mehr ep bekommen das heißt egal wo ihr euch aufhaltet hier das leveln geht deutlich fixer und ich werde diese zeit definitiv auch nutzen um den ein oder anderen twink noch hoch zu ziehen als nächstes glaube ich werde ich mir meinen evoker gönnen und dann noch mal ein parla tank hinterher scheppern irgendwie sowas da kann man das ein bisschen ja kann man sich mal ein bisschen was gönnen ich hatte ja auch schon in einem extra video gesagt dass ihr diesen ruf buff ep buff noch weiter steigern könnt einmal mit 10 prozent mehr erfahrung das geht relativ einfach gilt allerdings nur von stufe 10 bis 49 aber ich sag mal so besser als nichts im hafen von boralus für allianz spieler wie gesagt zeigt das jetzt nicht noch mal extra wir hatten da ein video guckt euch das gerne dann noch mal an oder hier im hafen von sulda sah gibt es ein schiff eurer fraktion das ist der einfachste anhaltepunkt und daneben steht oder ziemlich in der nähe sagen wir es so steht in der regel ein händler wo ihr diese destillat der zehn länder heißt das kaufen könnt das ist ein trank hält eine stunde gibt euch ein bisschen mehr stats relativ wenig das ist auch ehrlich gesagt scheißegal aber das besondere dabei ist halt einfach dass ihr zehn prozent mehr ep bekommt durch quests durch mobs besiegen und so weiter und wie gesagt hält nur von level 10 bis 49 aber selbst auf dieser reise zehn prozent mehr haben oder nicht haben besser als in die hohe geschissen das hat mein opa immer gesagt grüße gehen raus ja ich denke damit können wir es auch sein lassen ich werde oder ich recherchiere aktuell gerade noch für ein weiteres video ob es aktuell die möglichkeit zum thema speed leveling gibt also sprich wie sieht es aus von wegen wie levelt man aktuell am schnellsten mit hilfe dieses buffs da gibt es immer ganz nette speed leveling routen ob die noch gleich geblieben sind oder nicht da schaue ich gerade mal da wird es höchstwahrscheinlich heute abend auch noch ein video geben zum thema wie nutzt ihr diesen buff am besten aus also ihr seht es lohnt sich zu abonnieren das wollte ich aber auf jeden fall noch mal ausführlich nach recherchieren bevor wir da jetzt einfach hier was nebenbei mit reinknallen und dann stimmt das einfach nicht damit also danke an euch fürs zusehen viel spaß beim leveln würde ich sagen lasst es euch gut gehen haut rein und damit bis zum nächsten video eingehauen bis zum nächsten video